Hey Leute und herzlich willkommen zum Dranks Profit Gewinnspiel. Erstmal sorry, dass ich es Freitag nicht geschafft habe, das Gewinnspiel zu machen. Allerdings bin ich noch ziemlich angeschlagen von meiner Krankheit letzter Woche. Ich denke mal, ihr hört das auch in meiner Stimme, die hört sich ein bisschen anders an als vorher. Das liegt daran, weil alles wirklich dicht ist. Ja, und ich dachte mir, ich lasse euch mal nicht so lange warten und mache das Gewinnspiel dann heute. Ich habe wieder meine Box hier vorbereitet. Und darin sind wie immer die ganzen Namen aufgelistet, die die mitgespielt haben. Diesmal sind es verdammt viele. Ich muss mir langsam mal ein neues System ausdenken, wie ich die Verlosung mache, weil die ganze Zeit diese Dose zu machen, ist dann doch langsam ein bisschen aufwendig. Naja, auf jeden Fall, ich schüttel das hier mal durch und hoffe... Also ich wünsche auf jeden Fall jedem Glück, der mitgespielt hat. So, jetzt machen wir die Schatulle mal auf und ziehen einen Namen heraus. So, jetzt habe ich zwei in der Hand. So, einen habe ich. Ich falte den mal aus. Und gewonnen hat... Bumi B. Bumi B. Herzlichen Glückwunsch zu einer Million Gold. Hier, kann ich nochmal zeigen. Bumi B. Ja, hier seht ihr das Spiegelverkehrt. Ich kriege das irgendwie nicht auf die Kette bei der Aufnahme, das Videobild zu spiegeln wieder. Weil für mich ist es halt so leichter. Allerdings weiß ich nicht wegen den Let's Plays diese Woche, ob ich das alles hinkriege. Kommt auch an, wie es mir morgen wieder geht. Für das Gewinnspiel hat es heute noch gereicht. Und, naja. Ich hoffe, dass es mir nächste Woche wieder besser geht. Weil ich lache echt flach mit Fieber ein, Pipapo. Und heute bin ich wieder so ein bisschen auf dem Damm. Und dann, denke ich mal, wird es jetzt auch die nächste Woche wieder besser werden. Ich danke jedem, der beim Gewinnspiel mitgemacht hat. Jeder, der nicht gewonnen hat, wünsche ich beim nächsten Mal auf jeden Fall viel, viel Glück. Und, ja, das war es dann für heute. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.